Unter evangelischen Theologen ist es seit Jahrzehnten Mode geworden, die Glaubwürdigkeit biblischer Aussagen zu bezweifeln. Solange es keinen eindeutigen archäologischen Fund außerhalb der Bibel gibt, wird eine historische Aussage der Bibel dann gewöhnlich als unglaubwürdig angesehen. Lieblingsarchäologe dieser Theologen ist Israel Finkelstein, der Autor des Bestsellers »Keine Posaun vor Jericho«. Für ein beides Publikum vereinfacht erläutert er darin, warum seiner Meinung nach die ganze Frühgeschichte Israels bis zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft weitgehend nur als Ansammlung von unzuverlässigen Legenden betrachtet werden sollte. Insbesondere bemüht er sich nachzuweisen, dass es einen israelischen König in der von der Bibel beschriebenen Weise nie gegeben habe. Höchstens sei er Anführer eines kleinen, unbedeutenden Beduinenstamms gewesen, keinesfalls aber ein einflussreicher Herrscher, wie das Alte Testament ihn beschreibt. Die überwiegend atheistisch-säkular gesonnene Leserschaft ist begeistert von diesen Thesen. Schließlich wird ihnen hier aus berufenem Mund bestätigt, was sie schon immer zu wissen glaubten. Die Bibel ist prinzipiell unzuverlässig. Dabei gibt es einige durchaus beeindruckende archäologische Funde, die ziemlich deutlich für eine Herrschaft König David sprechen. Für Finkelstein aber sind diese Funde allesamt auch anders interpretierbar. Bei ihm wird dann natürlich immer die von der Bibel abweichende Deutung bevorzugt. Aus der Herrschaft Zeit König Davids sind bislang nur relativ wenige außerbiblische Dokumente gefunden worden. Deshalb die vorliegende biblische Aussagen generell zu bezweifeln, ist allerdings wenig sachgemäß. Immerhin muss damit gerechnet werden, dass im Laufe unzähliger Kriege innerhalb von 3000 Jahren die meisten Überreste gründlich zerstört oder geraubt sein durften. Dabei wäre gerade diese Zeit für ein israelisches Königtum sehr geeignet. Ägypten musste sich, 1000 vor Christus, gerade von den Kämpfen mit den Seevölkern erholen. Und auch in Mesopotamien gab es kein Großreich, das Israel bedrohte. Gerade in dieser Zeit, ohne dominierende Großmächte, wäre der Aufstieg eines israelischen Königreichs sehr gut denkbar. 1993 wurde in den Ruinen von Tel Dan im Norden Israels eine Basaltstele mit aramäischer Inschrift gefunden. Die Stele stammt aus dem 9. Jahrhundert vor Christus und kommt damit aus einer Zeit, die sich unmittelbar an die Herrschaft Davids anschließt. Im Text rühmt sich ein König von Aram, im heutigen Syrien gelegen, seine Sieges über das Haus Davids. Nach der wahrscheinlichsten Deutung dieser Inschrift reichte das Herrschaftsgebiet des Hauses Davids, beziehungsweise der Dynastie Davids, also bis an die Grenze des Libanons und Syriens, weshalb es zu militärischen Konflikten mit dem König von Aram gekommen war. Bibelkritische Archäologen mäkeln allerdings, dass Haus Davids ja auch etwas ganz anderes bedeuten könnte, beispielsweise einen bestimmten Ort. Eine weitere Nennung Davids befindet sich auf der 1868 entdeckten Stele bei den Ruinen von Diban, der alten Hauptstadt des Reiches Moab. König Mescha von Moab hinterließ darauf ein ausführliches Selbstlob seiner Heldentaten. Unter anderem erwähnte er seine Kämpfe gegen Israel, insbesondere gegen König Omri, gestorben 871 vor Christus. Ferner ist dann folgende Aussage zu lesen. Und das Haus Davids hielt sich in Horonen auf. Finkelstein ist aber auch diese Erwähnung rund 150 Jahre nach David zu interpretationsbedürftig. Außerdem wird David auf einer Inschrift im Tempel von Karnak erwähnt. Dort beschreibt Pharao Sheshonk I. seinen Feldzug nach Palästina im Jahr 925 vor Christus. Prinzipiell könnte es sich hier natürlich auch um einen anderen gleichnamigen Person oder einen Ort handeln wie Finkelstein argwöhnt. Nach Angaben der Bibel erstreckte sich die Herrschaft Davids vom Toten Meer bis an die Grenzen des Libanon. Nach biblischer Auskunft wurden die befestigten Städte Megiddo, Harzor und Geser von David erobert. Sein Sohn Salomo ließ die Orte als befestigte Grenzgarnisonen massiv ausbauen. Vergleiche 1. Könige 9, Verse 15 bis 21 Der in der Bibel Shishak genannte Pharao Sheshonk I. ließ die Stadt 918 v. Chr. zerstören. Später wurde sie von dem auch in der Bibel erwähnten König Ahab wieder aufgebaut und befestigt. In Megiddo, Harzor und Geser finden sich repräsentative Gebäude aus der Zeit Davids und Salomos, die ein israelisches Großreich nahelegen, wie es in der Bibel beschrieben wird. Der Archäologe Jigael Yadin entdeckte in Harzor ein Stadttor aus der Zeit Salomos. Ähnlich konzipierte Tore wurden auch in Megiddo und Geser gefunden. In Megiddo grub der Archäologe Simon Halamar ein Palast aus der Zeit Salomos aus, den er als Sitz des jüdischen Stadthalters interpretierte. Finkelstein bezweifelt allerdings aufgrund des Baustils die Datierung der Bauwerke. 2005 entdeckte die Archäologin Eliad Mazar von der Universität Jerusalem zwischen der Davidsstadt und dem Tempelberg von Jerusalem die bis zu sieben Meter dicken Grundmauern eines repräsentativen Gebäudes. Die Mauern stehen genau da, wo David nach Auskunft der Bibel sein Palast errichten ließ. Neben diesen Grundmauern wurde eine 20 Meter hohe Stützmauer freigelegt, durch die eine Plattform entstand, auf der ein größeres Gebäude errichtet werden konnte. In direkter Nähe wurden vornehme Wohnhäuser ausgegraben, die nach den dort gefundenen Siegeln von Mitarbeitern späterer jüdischer Könige bewohnt wurden. Wasseranlagen aus jebusitischer Zeit lassen den Ort als die von David eroberte Stadt lokalisieren. Vergleiche 2. Samuel 5, Verse 6 bis 11. Ohne wirklich überzeugende Gründe bezweifelt Finkelstein allerdings die Datierung seiner Kollegin Mazar. Seit 2008 wird die 30 Kilometer südlich von Jerusalem gelegene Stadt Kirbet-Kajafa ausgegraben. Der gut befestigte Ort stammt aus der Zeit Davids und liegt im Gebiet Judas. Dort wohnten vermutlich zwischen 500 und 600 Personen. Massive Stadtmauern, Wohnhäuser, Tore und ein Palast wurden bisher freigelegt. Grabungsleiter Josef Garfinkel von der Universität Jerusalem ist überzeugt, dass es sich hier um eine jüdische Siedlung handelt. Das gebe einen deutlichen Hinweis auf ein gut organisiertes israelisches Königreich unter David. Für die jüdische Besiedlung spricht unter anderem die Abwesenheit von Schweineknochen, die bei einer nichtjüdischen Bevölkerung wahrscheinlich wäre. Trotz einiger religiöser Gegenstände wurde bislang auch keine Götterstatue gefunden, was ebenfalls gegen eine nichtjüdische Bevölkerung spricht. Kirbet-Kajafa befindet sich direkt gegenüber der Philisterstadt Gad, aus der auch Goliath stammte. Eine militärische Befestigung Davids wäre an dieser Stelle also durchaus sinnvoll. Finkelstein fehlt hier, wie wohl nicht anders zu erwarten, eine eindeutige Inschrift, die auf David oder sein Reich hindeutet. 2014 veröffentlichte James Hardin von der Mississippi State University seine Grabungsbefunde aus Kirbet-Sumeli. In der rund 10 Kilometer östlich von Gaza gelegenen Siedlung hatte der Archäologe sechs königliche Thronsiegel und ein Stück Türkisglas mit dem Bild einer Minora aus dem 10. Jahrhundert vor Christus gefunden. Die Minora spricht für eine jüdische Siedlung. Die weit von Jerusalem entfernten Siegel deuten auf eine gut organisierte, ausgedehnte Herrschaft, wie sie zu dieser Zeit in der Bibel von David beschrieben wird. Israel Finkelstein bezweifelt die Bedeutung der Funde und vermutet eher eine bisher noch unbekannte staatsähnliche Struktur der Philister. Neben den bisherigen archäologischen Funden sprechen die biblischen Berichte natürlich für eine historische Existenz der Könige David und Salomo. In der jüdischen Tradition herrschte selbst in frühester Zeit kein Zweifel an diesen Überlieferungen. Die deutliche Kritik an ihrem Verhalten und die Erwähnung ihres Versagens sprechen eher dafür, dass hier keine geschönten Legenden über mythologische Helden erfunden wurde, sondern dass die alttestamentlichen Autoren ein zutreffendes Bild der beiden Herrscher gezeichnet haben. Die hier genannten archäologischen Funde sollen genügen, um die historische Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte über den israelischen König David zu untermauern. Insgesamt spricht aufgrund dieser Daten weit mehr für die biblischen Berichte als gegen sie. Wer aber prinzipiell der Bibel misstrauen will, der lässt sich auch durch keine archäologischen Funde überzeugen. Für entschiedene Kritiker wird es immer irgendwelche Alternativen-Deutungen geben. Und lediglich aus den bisherigen Fehlen entsprechender Fundstücke auf die Nicht-Existenz historischer Ereignisse zu schließen, ist wissenschaftlich höchst problematisch. Christen und Juden haben auch weiterhin guten Grund, von der historischen Realität des israelischen Königs David auszugehen. Christen und Juden